Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. Heute wird es richtig ehrlich und wir kramen eine Palette raus, die ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr auf dem Schirm habt. Wenn ihr also gerne wissen wollt, welche Palette das ist, dann bleibt unbedingt dran und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, hi! Schön, dass ihr mich gefunden habt. Hier geht es um Make-up, um farbentrohes Make-up, aber vor allen Dingen sind Indie-Brands meine große Leidenschaft und die Indie-Brands, die ihr hier seht, featuret nicht jeder deutschsprachige Kanal. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir doch gleich ein Abo da. Im Dezember lade ich jeden Tag ein Video bis Heiligabend hoch und nach dem Intro starten wir direkt in den Look. Hallo ihr Süßen, immer noch Corona-Quarantäne, ihr könnt es sicherlich hören. Das Video darf nicht zu lang werden, das sage ich immer, aber ich bemühe mich wirklich heute, dass es so schnell es geht, über die Bühne zu bringen. Ja, da liegt ein Apfel in meinem Bett, mehr Realität im Internet. Da hinten ist meine Krankenstation, Tee, alles ist aufgebaut. Draußen auf dem Fensterbrett habe ich Joghurts zu stehen und Butter, weil ich ja in meiner Quarantäne meine Kinder, so wenig es möglich ist, anstecken möchte und deswegen verbringe ich ganz, ganz viel Zeit in meinem Zimmer. Ich hole euch ein Stück näher ran, ich zeige euch das Schmuckstück, mit dem wir heute arbeiten und dann erkläre ich euch mal, was ich heute mit knallhart ehrlich meine. Hallo, kleine Trigger-Warnung, wenn ich krank bin, bekomme ich ganz tolle Lippenherpes und auch diesmal hat es mich wieder erwischt, also bitte versucht es zu ignorieren. Ich habe keine Herpes-Patches mehr, deswegen muss das so laufen, das ist bei mir so. Ähm, ich finde, dafür, dass ich so krank bin, hat das Make-up echt gut geholfen. Also, ähm, ja, wenn ihr trockene Hautstellen seht, dann nehmt es mir nicht krumm. Ich meine, ich bin hier eher alleine, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin halt krank und möchte trotzdem diese Videos drehen. Heute schminken wir was mit der Flower Punk Palette von Kaleidos. Dieses Schmuckstück ist so wunderwunderschön. Man kann die komplette obere Seite abnehmen und so sieht die Color Story aus. Wunderschön und ich habe richtig Bock, was damit zu schminken. Wie immer habe ich aus Bequemlichkeit nur ein paar Pinsel mit dabei und fange mit Peach Suyu an als Transition Shade. Ja, ähm, ich möchte jetzt langsam mal erzählen, was hier so bei mir privat los ist, weil ich auch langsam keine Lust mehr habe für diese Schamgefühle, die ich mit mir rumschleppe, weil, ähm, ja, das Stigma einer Frau, die sich scheiden lässt, das ist echt real, ja. Also, ich habe echt damit zu kämpfen, ähm, mit den Anforderungen an mich selber und auch den Gedanken, was könnte die Gesellschaft von mir denken, dass ich dann jetzt, ähm, bald eine Single-Mama bin und eine geschiedene Frau und mit Haus und Hund und hast du nicht gesehen, obwohl das mit dem Haus... Also, der Druck ist auch groß, ja. Also, Leute, es ist wirklich... The struggle is real und, ähm, ich habe das jetzt lange genug versucht für mich zu behalten, aber irgendwie würde es mir auch die Sache erleichtern, wenn ich damit so ein bisschen an die Öffentlichkeit gehe, im Sinne von, dass ihr da auch einfach Bescheid wisst, weil, ja, viele Sachen kann ich dann einfach offen ansprechen und muss nicht immer versuchen, irgendwelche Umwege zu finden, wie ich das formulieren kann. Ähm, deswegen fand ich das jetzt irgendwie wichtig. Also, ja, ähm, mein Mann und ich, wir lassen uns scheiden, es hat nicht mehr funktioniert zwischen uns beiden. Ähm, ja, wir haben zwei Kinder, ja, wir haben gerade frisch ein Haus gebaut. Ja, das ist alles super anstrengend, aber, ähm, ich weiß noch gar nicht, was die Zukunft bringt. Wir leben auch noch zusammen. Dieser ganze Trennungsprozess ist durch dieses Zusammenleben miteinander einfach so anstrengend, weil man ja gar nicht wirklich zum sich trennen kommt. Die Gefühle sind auf jeden Fall weg, keine Frage, aber man ist trotzdem jeden Tag mit dem Menschen konfrontiert, den man eigentlich gerade am allerwenigsten sehen möchte. Und es ist wirklich, es ist eine absolut große Herausforderung. Und ich finde, ähm, dafür, dass es gerade so bei mir zu Hause ist, finde ich, mache ich einen ganz guten Job. Also, ich habe mein Leben eigentlich ziemlich gut auf die Kette gekriegt. Ich habe im letzten Dreivierteljahr mein Leben komplett umgekrempelt von den, ähm, Organisationsstrukturen her. Ja, denn obwohl wir zusammenleben, bin ich ja schon eine alleinerziehende Mama. In vielen Sachen noch nicht hundertprozentig. Aber ich würde sagen, ich bin bei, ähm, ja, 85 Prozent mindestens angekommen von den Dingen, die ich so alleine mache. Das wird jetzt mein Ex-Partner anders sehen, mein bald Ex-Mann. Aber das ist mir auch, ehrlich gesagt, völlig egal, was, ähm, er denkt. Und ich werde hier auch keine Schmutzwäsche waschen. Aber ich habe mich so eingeschränkt, die letzten zehn Jahre Beziehung. Es, ähm, ja, es sind einfach so viele Sachen, die ich aufarbeiten muss. Und, ähm, vor allen Dingen würde ich gerne fürs nächste Jahr noch ein, noch viel, ach, wie soll ich denn das sagen? Ich weiß auch nicht, noch viel mehr zur Selbstliebe finden. Also damit struggle ich ja sowieso schon mein ganzes Leben. Ähm, ich glaube, wir kennen das alle. Solche Tage, wo wir uns ganz besonders gerne haben. Und Tage, wo wir uns denken, so, oh mein Gott, warum bin ich eigentlich geboren? Es gibt aber Menschen, die strugglen damit mehr. Und ich glaube, ich bin ein Mensch von der zweiten Sorte. Und ich predige ja hier immer Selbstliebe und dass wir alle so schön sind, wie wir sind. Und dazu stehe ich auch. Aber ich möchte das noch viel mehr durchsetzen. Ich möchte im nächsten Jahr noch viel mehr zu mir selber finden. Weil es gibt einfach Dinge, die habe ich über die letzten Jahre einfach völlig runtergedrückt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich aussehen würde, wenn ich könnte. Ich wäre von Hacke bis Nacke zum Beispiel zu tätowiert. Ich würde so gerne so viele mehr Tattoos haben. Ich würde gerne viel wilder aussehen. Ich würde gerne die wilde Seite, die ich in mir drinne trage, viel mehr zum Vorschein bringen, als nur mit Make-up. Aber ich bin so gefangen in diesen gesellschaftlichen Konventionen. Was könnten die Leute dann von mir denken? Ähm, wie sehe ich dann aus? Bin ich nicht zu dick? Zum Beispiel würde ich super gerne einen Kurzhaarschnitt wieder haben. Also so einen richtigen, richtigen Kurzhaarschnitt. Hier, ne, mein Sidecut ist ja jetzt schon rausgewachsen. Ich lasse mir bald wieder die Haare schneiden. Aber ich hätte so gerne so viel kürzere Haare. Ich will das einmal in meinem Leben machen. Das ist so meine Bucketlist. Und ich traue mich einfach nicht, weil ich mir immer denke, was könnten dann die Leute sagen? Denken die dann, ich bin eine, ähm, verzeiht mir jetzt wirklich Triggerwarnung an der Stelle. Es wird ja zu homophob, aber sehe ich dann aus wie eine fette Kampflesbe oder irgendwie sowas. Und ich will nicht, dass Leute sowas denken. Aber vielmehr möchte ich eigentlich selber losgelöst sein von diesen zwanghaften Gedanken, was Leute über mich denken könnten. Und das ist mein Mantra. Das ist meine Aufgabe, die ich mir für nächstes Jahr vornehmen möchte, dass ich mehr wirklich ich selber werden kann. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wer Anne ist, weil viele Sachen einfach immer so, ja, weggedrückt wurden. Für die Kinder, für die Familie, für die Gesellschaft, was die Gesellschaft von mir denken könnte. Und wisst ihr, das Schlimme ist, die Leute denken ja sowieso über mich, was sie wollen. Und eigentlich würde es ja nur zählen, was ich wirklich denke. Und ich komme da so schwer hin. Und ich brauche manchmal radikale Veränderungen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht hilft, wenn ich einfach mir das alles so mache, wie ich das will. Und zwar die Haare so abschneiden lasse, wie ich das will. Wie ich das für richtig halte. Dass ich mich tätowieren lasse, so wie ich es für richtig halte. Und dass ich dann zu mir selber finde. Und wenn ich zu mir selber finde, dann bin ich am schönsten. Und dann bin ich am authentischsten. Und dann können die Leute sowieso die Schönheit, die ich in mir drinne trage, sowieso viel, viel besser sehen. Stimmt's, mein Baby? Ich habe mir auch den Traum vom Hund verwirklicht nach der Trennung. Weil es immer in meiner Ehe irgendwelche Gründe gab. Fiktive Gründe, die nicht von mir gekommen sind, warum wir keinen Hund haben können. Und ich habe keine Lust mehr, mein Leben so zu pausieren für jemand anderen, wenn es keine plausiblen Gründe gibt, warum ich keinen Hund haben kann. Ich bin fast den ganzen Tag zu Hause. Ich habe ein Haus mit einem riesen Garten. Ich habe die Kapazitäten. Ich bin eine erwachsene Frau. Warum kann ich keinen Hund haben? Warum muss ich mich so einschränken? Versteht ihr, was ich meine? Das ist alles so, so viel crazy Gedanken gehen in meinen Kopf rum. Und ich möchte einfach mein Leben leben. Und so sein, wie ich bin und wie ich es für richtig halte. Und daran möchte ich arbeiten. Das möchte ich nächstes Jahr noch mehr erreichen. Und ich hoffe einfach, dass mir das gelingt. Und ich würde euch gerne mit auf die Reise nehmen. Und deswegen dachte ich mir, ich spreche da einfach mal offen drüber, was hier so los ist. Und das sieht so geil aus. I love it. Und warum ich vielleicht gewisse Dinge verändere. Und ich will nicht irrational wirken, wenn ich mir die Haare abschneide. Und ich will nicht, dass Leute denken, so guck mal, sie lässt sich scheiden, lässt sich die Haare schneiden. So ein Bullshit. Aber man ist da gar nicht frei von. Die Leute, so viel zu kurzes Video. Aber ich will das auch einfach mal sagen, weil mich das echt beschäftigt. Und ich möchte einfach nur so sein, wie ich bin. Einfach sein dürfen, wie ich bin. Und nicht nur mit Make-ups, sondern mit allem. Und wenn ich mir das Dekolleté tätowieren lassen will, dann will ich das machen. Und dann will ich mir nicht Gedanken machen, dass mich dann Männer nicht mehr schön finden. Ich will auch von dem Gedanken weg kommen, dass ich schön sein muss für irgendjemanden. Außer für mich selber. Und schon gar nicht für Männer. Ganz ehrlich, ich mag Männer gerade gar nicht. Also es gab einen Mann, den mochte ich, neben meinem bald Ex-Mann. Der hat mir das Herz gebrochen. Und ich habe jetzt auch erstmal Schnauze voll. Ich will mich selber finden und glücklich werden. Und ich glaube, jeder hat das Recht drauf. So sieht es erstmal im Groben aus. Meine Stimme geht weg. Ich schmink den Look jetzt noch fertig. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Ergebnis, das bestimmt richtig, richtig geil wird. Wow, der Look ist so, so schön geworden. Ich freue mich mega. Mir ist bei der Palette aber Folgendes aufgefallen. Es ist ja schon eine etwas ältere Palette. Und es sind so viele neue, tolle Marken auf den Markt gekommen. Mit so krassen Formulierungen. Während ich das Packaging immer noch so irgendwie 15 von 10 finde. Und die Color Story auch wirklich, wirklich schön ist, muss ich über die Qualität sagen, dass ich eindeutig bessere und günstigere Marken mittlerweile in meiner Sammlung habe. Also ich finde, die Farben sind nicht, die sind sehr trocken. Die bleiben nicht gut auf meinem Auge haften. Wenn ich einen Primer benutzt hätte, dann wäre das wahrscheinlich nochmal was anderes gewesen, weil ich eine Sticky Base gehabt hätte. Die Schimmertöne sind auch nicht so heftig, wie ich es mir gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz ist es so eine schöne Palette und ich freue mich über den Look. Der ist richtig, richtig hot geworden. Meine Nase sieht schon wieder ganz schlimm aus, weil ich hier zwischendrin eine Million Mal die Nase geputzt habe, weil ich krank bin. Nehmt es mir nicht übel. Ich hoffe, ihr nehmt mir auch nicht andere Videos übel. Da kommt ihr hier oben hin. Hier unten lasst ihr mir ein kostenloses Abo da. Ich freue mich, wenn die Community wächst. Schreibt mir doch gerne mal einen Kommentar, was ihr so bei meiner ehrlichen Meinung zu sagen habt. Denkt dran, bleibt aber freundlich. Wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video im Weihnachts-Countdown. Ihr passt bitte bis dahin schon auf euch und eure Mitmenschen auf. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.